riesling 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 eine weinverkostung mit drei riesling das macht sinn dass ihr lieben das werden wir gleich sehen riesling ist nicht gleich riesling und damit herzlich willkommen zu dieser wundervollen online verkostung ich bin christoph friedrich der spielmacher und ich führe durchs programm holt euch die gläser holt euch die flaschen ich freue mich drauf an jedem hügel verbirgt sich eine tolle lage entspannender wein ich reise um den eckel wegen dem wein aber ich kehre immer zurück zu deutschland trinkt was dir spaß macht und nicht was andere sagen was die schmecken soll wenn man es schafft im mos schon die herkunft von einem wein zu schmecken dann hat man es geschafft ich will ja dass es packt also wein muss gänsehaut erzeugen das schicksal eines jeden weines besteht darin dass er getrunken wird das ist eine unendliche faszination weil die möglichkeiten von diesen weinen unbegrenzt sind mittlerweile dann ein riesling mal eingeschenkt und das macht schon große freude ihr werdet das gleich sehen probieren ist übrigens von anfang an erlaubt auch während ich spreche und ein paar infos gebe ich habe ihn frecherweise schon im glas ihr dürft gleiches tun gucken wir erst mal wo wir eigentlich sind deutschland 13 anbaugebiete von sale und struth bis baden württemberg unten das südlichste kleine weinberge am bodensee große vielfalt und ich nehme euch mit auf die reise in drei verschiedene anbaugebiete mit rhein-hessen da wollen wir jetzt mal starten und mit rhein-hessen haben wir natürlich direkt ein riesen fund wo wir viel zu erzählen haben rhein-hessen das ist im herzen deutschlands ja umgeben ist es im grünen der rheinbogen bingen mainz und ja größtes anbaugebiet deutschlands 27.000 und paar gequetschte hektar viel weißwein bisschen rotwein und ja riesling müller thurgau silvana und so weiter und so fort alles ist dort zu finden und ja das land der 1000 hügel so kann man es auch beschreiben es gibt tolle wanderungen die hübeltouren solltet ihr euch mal anschauen macht große freude da entspannt zu wandern und entspannt wirklich im sinne von entspannt es gibt nämlich keine großen berge sondern nur entspannte hügel und wunder wunderschöne weinlandschaften ein ding wird euch auffallen das ist das trullo oder mehrzahl trulli eine weiß getünchte weinbergshütte wenn man so will hütte ist allerdings das falsche wort es sieht eher aus wie ein kleines es ist es guckt man nach apulien da gibt es auch so weinbergs dinge das zaubert mediterranes ambiente in dieses ganze wunderschöne ensemble und weiß gestrichen dienten diese hütten als unterschlupf als schutz unserer vorfahren als sie noch keine großen weinkeller und sonst was hatten also sehr sehenswert so jetzt rein hessen ist aufgeteilt in drei große gebiete und so weiter wir gehen jetzt mal ins zentrum also wirklich ins herzen rhein hessens und wir werden uns ja beim weingut ihr seht es hier schon die bläs zu hause fühlen und bei dir in die bläs wird die weinbaugeschichte schon etwas länger geschrieben familienbetrieb so kann man sagen seit 1579 ist schon ein paar jährchen alt paar generationen durften hier schon ja beweisen wie es mit dem weinbau zu schaffen ist und ja die lieben auch riesling so wie ich und hoffentlich wenn ihr dieses seminar hier und diese verkostung dieser verkostung folgt ihr auch eben liebt wollen wir mit dem einfach mal starten riesling riechen wir mal rein oder habt ihr eh längst getan ich tue es auch typische aromen beschreiben vom riesling ja was ist das für sich aprikose auf der fruchtigen seite im geschwenkten glas verstärken sich die aromen das wissen wir es wird richtig cool also es kommt auch so ein bisschen abrieb von der zitrone limette so grasige noten das habe ich alles in der nase ist erstmal wunderschön und dann probieren wir das mal also ich würde es mal als typischen riesling bezeichnen wundervoller start glaube ich in der in der reihe wo ich drei unterschiedliche riesling typen beschreiben will und möchte ist das hier gelungener start riesling kabinett trocken das würdchen kabinett ist euch sicher mal begegnet typischerweise steht das geschichtlich oder ja historisch wenn man so will in deutschland für einen weintypen kabinett trocken steht stand immer für leichte bekömmliche nicht alkoholisierte oder überalkoholisierte weine die wir im alltag einfach genießen gern trinken auch als solisten stellt euch also vor ihr schnürt euch so ein rucksack und läuft durch dieses wunderschöne hügelland in rhein hessen und erobert die welt mit diesem riesling rucksack ich glaube viel schlechter kann es einem da nicht gehen die perfekte reisebegleitung ist dieser riesling kabinett trocken essen da rede ich gerne drüber wenn es um wein geht in diesem fall spare ich mir das weil der anlass ist schon gegeben wir wandern mit diesem wein und es macht großen spaß und nicht immer muss auch unsere leibspeise serviert werden toller solist großartig an der am gaumen macht spaß auf mehr genießt ist und wir gucken mal wo es die reise uns jetzt hin verschlägt wie es mit der riesling kultur weiter geht wir fliegen aus rhein hessen richtung als was für ein wunderschönes anbaugebiet die pfalz ja mit superlativen kann man da kaum sparen das größte weinfest der welt das größte riesling anbaugebiet der welt das wichtigste und mittlerweile auch größte rotwein anbaugebiet deutschlands und so weiter und so fort 23.000 sieben oder 800 hektar zweitgrößtes deutsches anbaugebiet unsere beiden anbaugebiete jetzt zusammengefasst rhein hessen und die pfalz die alleine zusammen machen über 50 prozent der gesamtdeutschen rebfläche aus ganz oben steht auch hier der riesling ein bisschen rotwein wird natürlich auch produziert in der pfalz auch andere rebsorten wie der müller thogau der weißbegründer der graubegründer et cetera eigentlich wenn man ehrlich ist findet man in der pfalz so ziemlich jede rebsorte warum naja neben dem neben dem anbaugebiet baden hat pfalz hat die pfalz den großen vorteil den klimatischen vorteil es sind ganz milde milde temperaturen jahres mitteltemperatur von ungefähr elf grad ja da werden feigenbäume reif also nicht die bäume sondern die feigen und es ist super mediterran man nennt es hier und da auch die toskana deutschlands will keiner hören aber klimatisch und überhaupt auch von der lebensweise ist es irgendwie so ja die lieben das leben es ist frankophil weil natürlich im süden auch die grenze zum elsaß durchaus ihre wirkung zeigt es gibt gutes essen es gibt gute getränke und man versteht es einfach das leben zu genießen und das hilft eben auch gute weine zu machen der riesling das ist schon lebenselixier so darf man sagen der pfälzer an sich trinkt wein auch manchmal aus anderen gläsern als aus diesen das nationalgetränk der pfalz ist die schorle aus dem doppelglas am allerliebsten und in mischungsverhältnis wo uns dem ein oder anderen schon schwindelig wird wenn er allein nur sieht wie viel wein drin ist das weiß ich aus eigener erfahrung wundervolles gebiet fahrt mal hin die pfälzer sind sehr gastfreundlich die griebels auch die sind sehr gastfreundlich zu denen kommen wir jetzt bockenheim bockenheim toller weinbauort ja tolle betriebe dort und hier beim jens kriebel oder mit dem jens kriebel zusammen verlassen wir jetzt mal die schiene vom trockenen wein eben hatten wir kabinett trocken jetzt gehen wir in die feinherbe schiene und automatisch müssen wir hier sagen unser motto riesling ist nicht gleich riesling das treten wir mit wein nummer zwei mal direkt den beweis an riesling kann unglaublich viele gesichter zeigen hat eine tolle säure struktur wann er gelesen wird bestimmt unglaublich auch natürlich seine struktur im glas hier beim feinherben riesling wird die gärung ein ticken früher gestoppt möglicherweise ist das lesegut ein ticken früher gelesen so dass auch eine gesunde säure struktur gegen einen gewissen restzucker steht und ja um das nicht allzu theoretisch klingen zu lassen probiert doch mal und lasst das mal auf euch wirken säure und zucker in einem harmonischen level zusammen zu genießen salute ich probiere auch mal ich weiß nicht wie es euch geht bei mir kommt direkt ein grinsen ganz automatisch weil das ist was da darf ich dann auch mal bewusst sagen lasst ihr alle reden vom trockenen wein ich trinke lieber feinherb weil das einfach freude macht das macht große große freude so ein wein zu trinken man ist animiert man hat süße man hat säure man hat trinkfluss man hat es läuft einem buchstäblich das wasser im munde zusammen und das darf auch so sein großes kompliment bei den kriebels wird in fünfter generation weinbau betrieben das gelingt mit diesem riesling ganz hervorragend wenn ihr euch das mal anguckt sein ganzes sortiment ich finde es sehr sehr schön die junge grenze generation mit dem jens hat hier übernommen tolle labels ein tolles design das macht auch spaß darf man nicht vergessen heute wie so eine flasche eben auch am etikett wirkt sehr modern ausgestattet alle achtung große freude und vielen dank für den tollen wein lieber jens und ja riesling ist nicht gleich riesling wir gucken mal was denn die riesling vielfalt noch so zu bieten hat und wir verlassen die pfalz an dieser stelle und tauchen ein naja wo geht's hin wir schauen mal dritter wein willkommen der mosel vielleicht kümmert tatsächlich auch mal das wort riesling rock'n'roll in den mund nehmen denn das ist jetzt schon gewaltig was wir hier kennenlernen aus verschiedenen aspekten schenkt euch ein probiert ich erzähle ein bisschen was dazu die mosel grundsätzlich erstmal da verdient schon ein bisschen ehrfurcht ältestes weinbaugebiet deutschlands nicht das größte aber die zahlen sind ganz cool 5000 winzer in 125 weinbaugemeinden bewirtschaften 9000 hektar weinberge und das aber in widrigsten umständen also die steilsten lagen europas kommen daher bremer kallmont eben gesehen im bild das ist schon ganz schön verrückt da zu arbeiten jeder der da mal war weiß dass wenn du da noch nicht was solltest du mal hinfahren das ist schon ehrfürchtig sowas kann man auch nicht im bild festhalten geht nicht das ist einfach da musst du schon sicher im sattel sitzen um da es nicht mit der angst zu tun zu kriegen das ist schon gigantisch richtig übel steil du kannst da nicht stehen bleiben und die leute ringen jahr für jahr diesen weinbergen tolle tolle weine ab was wächst da für wein naja zu knapp 90 prozent weißwein und von den 90 prozent ungefähr noch mal 95 prozent riesling 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 ganz interessant fand ich jetzt weil ich mir das noch mal angeguckt habe wir haben es jetzt hier beim weingut kirsten mit dem peace porter goldtröpfchen zu tun und der beinbau ort peace port das ist natürlich schon auch in den in den ohren von weinfreaks da klingeln die die öhrchen das hat man schon mal gehört und das beim goldtröpfchen e also das hat weltruf darf man so sagen und ja peace port die haben und da kann man auch urkundlich mal so ein bisschen sehen wie alt riesling eigentlich ist die riesling geschichte kann man nachvollziehen 1500 wurde riesling erstmalig erwähnt hier sind alte römer kälte ausgegraben worden das wird auch jedes jahr gefeiert aus dem zweiten jahrhundert stellt euch das mal vor irre den jüngsten text den ich gefunden habe der der beschreibt 1992 wurde sogar noch mal so ein ding ausgegraben völlig verrückt wahnsinn also ehrfurcht hat mit wein auch zu tun deswegen schweife ich ein bisschen aus das ist kultur das ist ja einfach dann auch für junge leute sowie hier beim daniel auch ja einfach auch die die verantwortung mit der geschichte umzugehen und wie der das beschreibt ja wenn man mit ihm spricht das ist dann auch ehrfürchtig wie so junge leute das schon ins blut aufgenommen haben der geht halt da in den winger der holt den riesling da raus peace port toller ort goldtröpfchen ist eine großlage amphitheater irre irre toll profitiert vom wald oben drüber der viel feuchtigkeit und kühle auch in den weinberg rein spült also die frage ob jetzt ein trockenes jahr sowie 2021 sicher war ob das jetzt große probleme gegeben hat das kann so ein moselaner locker beantworten aber vor allen dingen im goldtröpfchen klar kein problem viel feinerde kühler wind feuchtigkeitsspeicher ist total gegeben läuft in peace port und insofern sind sie auch nicht so erschütterlich wenn es darum geht den blick in die zukunft zu geben mensch ja wie wenn was passiert wenn jetzt noch fünf sieben jahre so trocken sind ja sie sind entspannt tiefe wurzeln das ist ein super weinbergs management alles im lot alles im gleichgewicht darf bitte so bleiben ihr habt reingerochen was denkt ihr ist würzig oder man hat frucht aber es ist auch schon auch würzig also ich finde es alle drei miteinander in der reihe verglichen mal ganz ehrlich es gibt natürlich zusammenhänge aber alle drei haben ihren eigenen charakter und wenn man das jetzt auch noch mal probiert zum abschluss hier gibt es ist auch fein herb ticken mehr zucker glaube ich als beim vorgänger mal mehr ins kriebel aber mit einer wohltat am gaumen jetzt kommt so ein bisschen auch wieder ich beschreibe es mit der dunklen mache ein bisschen dunkle würze dazu es ist ein süßes säure spiel par excellence es ist appetitanregend das ist das was wir trinken wollen ich bitte euch vor allen dingen in in ein solchen in einer solchen verkostung schöner könnte es nicht schließen dann ich denke danke dir für diesen wunder wundervollen wein es ist kultur es ist flüssige kultur ich kann mich kaum trennen ihr merkt das schon ich will weiter reden ich will euch weiter über die mosel berichten es gibt es gäbe so viele geschichten empfehlung bleibt einfach beim spaß und mit genuss und voller leidenschaft bei der entdeckung deutscher weine das wäre dazu zu sagen und bleibt dran ich hoffe ihr hattet genauso viel spaß mit diesen tollen drei weinen cheerio i like the mosel wow 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 riesling das ist das was ich trinke ganz bestimmt